Ne, gibt keine Fragen. Danke. Ja, ich dachte mir, ich gebe mal einen kurzen Überblick über die vergangenen sieben, acht Wochen, was ist da überhaupt passiert und habe dann bei der Vorbereitung festgestellt, es ist eine ganze Menge passiert, also es sind ein paar mehr Slides, als ich ursprünglich gedacht habe, aber die eine oder andere Slide kann man mal schnell vorüberbringen. Ja, wir haben mal vor zwei Jahren echtes Netz.de gestartet als digitale Gesellschaft, wo unser Ziel war, über das Konzept von Netzneutralität aufzuklären, auch möglichst viele Ressourcen mal zu sammeln, um so ein Einstieg in das Thema zu geben und wir hatten immer das Problem, dass es halt so ein theoretisches Konzept war. Natürlich gibt es eine ganze Menge Netzneutralitätsverletzungen, auch jetzt schon in Deutschland, vor allen Dingen im mobilen Internet, ihr müsst euch nur mal eure Verträge anschauen, wenn ihr UMTS, vor allen Dingen bei Deutsche Tele, also T-Mobile oder Vodafone habt, da gibt es dann immer so lustige Abkürzungen wie Voice of IP oder IM oder P2P, wird untersagt, mal juristisch nur in der AGB, mal wird es auch technisch durchgesetzt. Der normale Bürger weiß nicht so genau, was verbirgt sich dahinter und selbst wir wissen nicht so genau, was verbirgt sich dahinter, weil wenn da steht P2P, also P2P, oder ausgeschrieben P2P, dann ist das erstmal ein Konzept, das sind verschiedene Protokolle und wir haben dann auch mal bei Vodafone.de und bei T-Mobile.de nachgeschaut und übersetzen das dann mit Computer-zu-Computer-Verbindung. Man muss sich das mal vorstellen, also die verkaufen einem einen Internetanschluss, aber sie verbieten halt die Nutzung des Internets. Das ist halt so ein Funfact, wo man halt immer der Politik sagen kann, das geht so nicht, aber die Politik sagt, naja, ist halt der Markt, der wird das halt alles schon regeln. Also wir haben Netzneutralitätsverletzungen, vor allen Dingen im mobilen Internet, im Festnetz-Internet noch nicht so stark, natürlich gibt es so erste Bestrebungen, Kabel Deutschland hatte jetzt seit einem Jahr eine Drossel, AGB und so weiter, aber das ist noch nicht so ganz heftig. Naja, auf jeden Fall, echtesnetz.de gibt es auch zum Beispiel den Leitfaden für Netzneutralität. Da haben wir auch schon so diese Szenarien, wo halt gerne Telcos hinwollen, immer aufgemalt, fanden immer alle ganz lustig, aber es war immer auch eher so was Theoretisches, so irgendwas in der Zukunft und so weiter. Wir haben auch schon versucht, das Ganze mal darzustellen, was ist ein Internet ohne Netzneutralität, ja wie zum Beispiel eine Bank, wo man sich nicht draufsetzen kann, also ist irgendwas kaputt, funktional kaputt und so weiter, aber auch das war halt immer so ein theoretisches Konstrukt. Wir haben auch ein Handbuch zur Netzneutralität, da suchen wir immer noch Spenden, damit wir das auch mal schöner layouten und vor allen Dingen drucken können, aber ja, im Großen und Ganzen war das bis zuletzt eine theoretische Debatte. Und dann kam dieser Herr hier, jetzt habe ich hier die falsche Ansicht, kennt sich jemand mit Keynote aus, wieso sehe ich hier nichts? Und ich würde gerne meine Folien sehen, die als nächstes kommen. Kennt sich da mit jemand aus? Ah, okay. Zum Glück haben wir hier Mitarbeiter. Einmal mit Profis, ja. Wo bist du da? Also in den Netzwerken, also. Ah, okay. Das war das Problem. Ich wunderte mich schon. Naja, keine Panik. So, jetzt kann man das rüberschieben, oder? Oder so? Gut. Super, das ist live. Ausschalten, ausschalten. Also, jetzt weiß ich auch, wie der Herr heißt. Das ist Michael Hackspiel, der Marketingchef der Deutschen Telekom. Er verkündete etwas, was wir in Blogs und Podcasts schon vorher wussten, was uns aber keiner so wirklich glaubte, nämlich, dass die Deutsche Telekom auf einmal vorhat, auf der einen Seite die sogenannten Flatrates abzuschaffen, durch Volumentarife zu ersetzen und andererseits aber wiederum sogenannte Managed Service einzuführen, über die dann bestimmte Dienste weiterhin durchgeleitet werden. Das muss man sich so vorstellen. Also, es gibt dann auf einmal zwei Leitungen oder man teilt halt eine Leitung in zwei Leitungen und das eine ist dann halt das offene Internet. Und das andere ist dann das Kabelfernsehen, die sogenannten Managed Services, wo ganz andere Regeln gelten. Das war natürlich erstmal in der öffentlichen Debatte so großer Aufschrei, weil Flatrates werden abgeschafft und zukünftig dürfen wir nur noch 75 Gigabyte im Monat verbrauchen und so weiter. Und erst allmählich wurde so klar oder allmählich gab die Deutsche Telekom mehr zu, als sie vorher gesagt hatte und bestätigte immer mehr unsere Befürchtungen. Wie zum Beispiel, das ist Herr Nick-Jan van Damme, der Deutschlandchef der Deutschen Telekom. Der erklärte dann eine Woche später in der Welt, also der Zeitung, die Welt, diese Managed Services, dieses T-Entertain, da kann man dann auch irgendwie so ein bisschen die Überholspur kaufen. Man kann also sozusagen dieses Zwei-Klassen-Internet irgendwie auch die Premium-Klasse dazukaufen, um dann als Sender irgendwie privilegiert durchgeleitet zu werden und von der Drosselung ausgenommen zu werden. Und er verwies explizit auf Spotify, das gibt es jetzt schon im mobilen Internet, das halt quasi bei T-Mobile, wenn man für 10 Euro im Monat so einen Zusatztarif bucht, dann spielt die Bandbreite für den Musik-Streaming-Dienst Spotify keine Rolle mehr. Also da wird nicht aufs Volumen angerechnet und genau das ist so die Idee, die man jetzt auch für das Festnetz-Internet hat. Das sorgte natürlich für ein bisschen mehr Aufregung, weil auf einmal war von der Drossel-Debatte endlich da, wo wir hinwollten, nämlich die Debatte um Netzneutralität, darf der das? Und dann schrieb unser Wirtschaftsminister einen offenen Brief und René Obermann, der internationale Chef der Deutschen Telekom, der demnächst irgendwie die Telekom verlässt, erklärte dann auch erstmal, naja, das wäre alles okay, weil das offene Internet, da macht man das ja alles gar nicht. Das wird halt irgendwann gedrosselt und alles andere läuft halt über das Kabelfernsehen-Internet sozusagen, der andere Teil der Leitung und deswegen wäre das ja alles vollkommen okay, weil das wäre ja von den Deutschen Landesmedienanstalten eine durchregulierte, separate Fernseh- und Medienplattform und da dürfe man machen, was man wolle, man würde es halt nur nicht Internet nennen. Ja, und da hatten wir auf einmal eine Debatte, die sich an diesem Vogel hier kristallisiert, das ist eine Drossel, habt ihr wahrscheinlich vorher auch nie so bewusst wahrgenommen, wahrscheinlich der beliebteste Vogel des Jahres, zumindest in der öffentlichen Debatte und es ging halt los so, ne. Das war einer unserer ersten irgendwie Motive, wo wir dann noch dachten, naja, man kann auch mit ein bisschen Ad-Busting, ein bisschen Spaß in die Debatte reinbringen. Natürlich machten sich alle super lustig über 384 Kilobyte surfen, das kennen wir noch von früher, also aus den 90ern, so ein bisschen retro. Die Telekom agierte auch so ein bisschen unglücklich, weil die brachte dann auf einmal solche Sachen raus und erklärte so, ey, 75 Gigabyte, das ist voll viel so, ne. Ja, also sieht viel aus, hat man eine vierköpfige Familie, sieht halt nur so viel aus, ne. Also so 75 Gigabyte, das sind halt sechs bis acht HD-Filme im Monat. Man muss sich halt vorstellen, also als Single kann man jeden dritten Tag einen HD-Film gucken. Hat man dann schon zwei Kinder im jugendlichen Alter, die auch einen HD-Film gucken wollen und zwar nicht mit den Eltern zusammen, sondern einzeln, na, dann gibt es halt Stress zu Hause. Und danach ist halt das Internet irgendwie wieder auf 90er Geschwindigkeit. Das macht uns natürlich viel Spaß, man konnte halt lustige Videos machen. Da kommt jetzt Musik. Da kam Musik. Hallo Sven. Da kam Musik. Ich kann nichts für Magenta. Na ja, auf jeden Fall, wir hatten viel Spaß, also dazu muss man sagen, wir hatten kein Geld, aber wir hatten Zeiten, wir hatten ein paar Tools und vor allen Dingen hatten wir sehr viele Vorlagen. Also so 15 Jahre deutsche Telekom-Werbung im Internet, das bietet so einiges. Und auf einmal gab es halt überall irgendwie aufpoppende Initiativen gegen diese Pläne. Malte Götz, ein 18-jähriger Abiturient aus Düsseldorf, nutzte dann die Petitionsplattform Change.org und sammelte bis heute rund 200.000 Unterschriften. Die konnte er dann auch der Deutschen Telekom übergeben. Ja, die waren halt nicht wirklich beeindruckt. Es gab dann noch einer unserer Leser, Jan Karres, baute noch drossellayer.de. Das kann man sich über seine Webseite packen, um halt Menschen aufzuklären, was das Ganze bedeutet. Jetzt-baute-drossel.de, da kann man halt eine URL eingeben und kann sich dann anzeigen lassen, wie das so ist, mit 384 Kilobyte eine Seite aufzurufen. Das sieht dann im Video so aus. Das müssen wir jetzt nicht ganz angucken, weil das dauert echt lange, bis die Deutsche Telekom-Seite geladen wird. Ich glaube, eine Minute 30. Ja, und die Proteste wurden größer und so die Entspanntheit bei der Deutschen Telekom, wo da ging auch ein bisschen zurück, das ist Herr Husam Asrek. Wir kennen mittlerweile bald die ganze Telekom-Öffentlichkeitsarbeit, weil jeden Tag meldet sich jemand anderes von denen zu Wort. Und er warfalt vor, es ist Klientelpolitik, wenn man sich für Netzneutralität einsetzt. Und ja, ja, die Jungen und die Netzaktivisten, sonst interessiert das natürlich keinen so. Wir hatten da noch so ein Tool rumfliegen, was wir mal gegen Vodafone genutzt hatten, um halt da vor einem halben Jahr anhand von Vodafone im Mobilbereich mit einer Remix-Plattform Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Das konnten wir auch umwandeln. Hier hatten wir eher das Problem, dass wir zu viele gute Motive in der Telekom-Werbung fanden, die man remixen kann. Also ihr habt mittlerweile 30 verschiedene Motive da zur Auswahl. Ihr könnt die selbst bestücken mit eigenen Sprüchen. Unter hilf-telekom, also hilf-telekom.de, angelehnt an Telekom hilft, dachten wir halt, man kann die Deutsche Telekom jetzt bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Das ist so eins, jetzt am Wochenende von Mario Sixtus nochmal verfasst in einem der Pate-Kommentar im Tagesspiegel über das Schutzgeld, was die Deutsche Telekom jetzt haben möchte. Sehr beliebt war auch dieses Motiv. Und morgen erzählen wir denen, Internet gibt es nur noch jeden zweiten Tag, weil weltweit die Bits ausgehen. Was sich ein bisschen darüber lustig machte, dass die Deutsche Telekom uns hier irgendwas erzählen möchte. Und viele nicht so wirklich überzeugt sind, dass das, was die Marketingabteilung da von sich gibt, irgendwie auch stimmt. Beliebt auch das hier. Schatz, diesen Monat darfst du Patches installieren. Ich verzichte für dich, wenn halt irgendwie Mitte des Monats die 75 Gigabyte aufgebraucht sind und das Windows ich mal wieder updaten möchte. Es gab dann andere Versuche, das Ganze in Werbeform zu gießen. Das hat Matthias Ritschel von D64 gebaut. Ja, der Drosselaspekt kommt in den Vordergrund. Was passiert, wenn man halt gedrosselt wird? Und wir haben auch noch verschiedene Sachen, die wir jetzt als Postkarten und als Aufkleber rausbringen mit unseren Kernforderungen. Ja, diese Schilder hatten wir auch gemacht, weil es bot sich halt an, dass die Deutsche Telekom vor zwei Wochen in Köln eine Hauptversammlung veranstaltete. Da holen sie einmal im Jahr ihre Aktionäre zusammen. Das ist viel unspektakulärer, als man denkt. Da sind dann halt in der Köln-Arena ein Haufen irgendwie älterer Kleinaktionäre, die um ihr Erbe oder ihre Rente bangen, weil sie mal vor zehn Jahren durch Manfred Krug irgendwie überzeugt Telekom-Aktien gekauft haben, die jetzt nur noch ein Viertel wert sind. Und das war ganz lustig für mich, weil eine Woche vorher hatten wir die Republika. Und auf der Republika gab es keinen einzigen Sanitäter-Einsatz. Und ich laufe da irgendwie über die Telekom-Hauptversammlung und überall sind Sanitäter irgendwelche älteren Menschen am Versorgen, die halt irgendwie, naja, Blutdruckkollegen hatten. Und das Thema Drosselkom war da auch irgendwie das Top-Thema, also so von den meisten Redebeiträgen, die halt alle das sich gar nicht so vorstellen konnten, wie kann man so eine blöde Idee umsetzen. Und wir dachten halt, okay, wir stellen uns halt davor und demonstrieren dagegen. Aber gleichzeitig dachten wir auch, online kann auch jeder mit demonstrieren. Das war eine kleine Plattform, demo.hilf-telekom.de, die jetzt uns gebaut hatte, wo man dann auf der Seite der Deutschen Telekom sozusagen seine eigenen Protestnachrichten unterbringen konnte. Das ist so ein JavaScript-Overlay, wo halt jetzt 3000 Leute halt ihre Nachrichten hinterlassen haben. Und wir standen halt vor der Tür und standen da halt so mit zehn Leuten um 8.30 Uhr morgens. Und dann guckte die Telekom-Öffentlichkeitsarbeit die ganze Zeit so um die Ecke so und sahen die ganze Zeit, dass da immer mehr Fernsehteams kamen. Und um 8 Uhr, nee, um 9 Uhr kam dann auf einmal der Deutschlandchef um die Ecke mit seinem ganzen Pressetross und gab dann bei uns eine Pressekonferenz gegenüber den ganzen TV-Stationen, die wegen uns da waren, vor unserem Schild. Das fanden wir sehr gut. Das ist leider eine schlechte Kamera gewesen. Aber gleichzeitig war, ihr müsst euch das so vorstellen, er guckt in eine Richtung, guckt aber in die Kameras. Seine ganzen Mitarbeiter stehen auf der anderen Seite und gucken ihn wiederum an. Und er guckt aber eigentlich auf ein Parkhaus, wo wir in derselben Zeit mit dem Chaos Computer Club zusammen einen 15x4,50 Meter Banner runter hießen. Das war auch so eine leicht komplexe Aufgabe. Aber da war ich echt am Schwitzen, weil die Hälfte des Banners, die eine Seite, da hat er sich festgehängt. Also ging nicht runter und ich sah da schon Fukami runterstürzen. Der versuchte das irgendwie runterzumachen. Aber genau in dem Moment, wo der Herr Van Damme mit seinem Statement fertig war, war das Schild halt unten. Wir konnten den Fernsehteams dann sagen, jetzt drehen Sie sich mal bitte nach links. Und das hat auch geklappt. Gleichzeitig standen wir halt da mit unseren ganzen Schildern. Es gab noch später um 16 Uhr eine Demo, aber die fiel ins Wasser, also so richtig ins Wasser. Da waren wir dann auch nur noch 30 Leute unter Regenschirm, die uns freundlicherweise auf einer Telekom gespendet wurden. Aber wir durften nicht mehr durch die Stadt laufen, weil die Polizei meinte, für 30 Leute sperren Sie jetzt nicht die Kölner Innenstadt. Aber was wir geschafft hatten, war, wir waren eigentlich überall in sämtlichen Fernsehberichterstattungen rund um das Thema. Also ZDF heute, Tagesschau und so weiter. Hier ist mal ein kurzer Ausschnitt. Wieder Ton. Die neue Preispolitik der Telekom im Internet bringt sie in Rage. Das führt zu einer Benachteiligung unserer Blogs, unserer Podcasts, unserer Start-ups. Das ist eine Diskriminierung und wettbewerbsfeindlich. Und deswegen fordern wir, vor allen Dingen von der Politik, dem einen Riegel vorzuschieben. Die Telekom jedenfalls will die Klauseln nicht zurücknehmen. Der Deutschlandchef suchte heute zumindest das Gespräch mit den Demonstranten draußen und gestand Kommunikationsfehler ein. Und was in drei Jahren eine echte Flatrate ist und welches Datenvolumen sie beinhaltet, das weiß die Telekom heute selbst noch nicht. Demo gegen Drosselkom. Der Protest gegen die Drosselpläne der Telekom geht weiter. Tausende hatten eine Online-Petition unterschrieben. Jetzt laden die Kritiker zur Demo. Seit heute Morgen gibt es eine Mahnwache vor der Aktionärsversammlung der Telekom in Köln. Und auch im Netz wird demonstriert. Mit virtuellen Protest-Bannern ziehen die Drosselkritiker vor die nachgestellte Homepage der Telekom. Einfach Spruch eintragen und mitdemonstrieren. Ja, es gab da noch ein lustiges Bild, was sehr beliebt war vor Ort, was nicht von uns war. Gibt es aber anscheinend auch als Vorlagen, kann man sich auf T-Shirts drucken und so weiter. Ja, auf jeden Fall hatten wir etwas geschafft, womit halt niemand so wirklich gerechnet hatte, weil unsere größte Sorge war, dass es so eine Ein-Wochen-Fliege und danach interessiert das Thema keinen mehr. Und die Deutsche Telekom hatte wohl auch damit gerechnet. Hier ist Herr Philipp Blank, einer der zahlreichen Telekom-Sprecher, der hat im Deutschlandfunk dann meiner Meinung nach noch ein bisschen arrogant erklärt. Na ja, so ein paar Tage Medienaufregung hat man so eingeplant. Das Gute ist, wir sind jetzt in der siebten oder achten Woche. Aber wir stehen natürlich vor einer Herausforderung. Wir haben bald Wahlkampf. Die Politik muss mal handeln, unserer Meinung nach. Aber die Bundesregierung versteift sich drauf, dass man ja schon so eine gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität im Telekommunikationsgesetz untergebracht hätte. Nämlich, da gibt es halt so ein Paragraf 41a, eine sogenannte Verordnungsmöglichkeit. Und diese Verordnungsmöglichkeit, die bietet halt die Möglichkeit, eine Verordnung festzulegen, unter welchen Bedingungen man Netzneutralität gewährleisten muss. Und die Bundesregierung sagt, das würde ausreichen. Wir sind aber nicht ganz so davon überzeugt, weil hier steht die ganze Zeit explizit, eine diskriminierungsfreie Datenübermittlung muss gewährleistet werden. Und guckt man sich mal an, was dann wieder unser Herr von Damme sagt. Naja, wir wollen diese Möglichkeit diskriminierungsfrei anbieten. Das heißt, wir reden mit jedem über diese Modelle, der sich bei uns meldet. Also mit anderen Worten, also Sie können alle irgendwie bei uns die Überholspur-Leist kaufen. Und wenn Sie halt Geld zahlen, dann kriegen Sie auch die Überholspur. Und insofern ist das halt alles diskriminierungsfrei. Und deswegen sind wir der Meinung, das, was halt die Bundesregierung im Telekommunikationsgesetz da mit diesem Paragraf 141a vor zwei Jahren beschlossen hat, das hat überhaupt gar nichts mit diesem deutschen Telekom-Fall zu tun. Was macht man jetzt? Jetzt hat man die Situation, ihr habt es heute vielleicht mitbekommen, Neli Größ, unsere EU-Kommissarin für die digitale Agenda, erzählt seit vier Jahren, Netzneutralität ist irgendwie wichtig, macht aber nichts. Sagte heute auch wieder, naja, I want you to be able to say that you saved the right to access the open internet by guaranteeing net neutrality. Das war in einer Rede vom EU-Parlament. Aber auch hier sieht man mal wieder, sie redet explizit vom Open Internet, wo Netzneutralität gewährleistet wird. Nichts anderes sagt die Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom sagt, naja, also der eine Teil des Kabels, das ist das offene Internet, da gibt es dann irgendwie Netzneutralität. Ein Mobil ist halt was anderes, das ist ja gar kein richtiges Internet. Aber in dem einen Teil machen wir das, aber das andere nennen wir halt Kabelfernsehen. Und auch hier verwendet sie dieselbe Sprache. Und auch, was sie heute wieder von sich gegeben hat, klingt so, als ob sie okay fände, dass die Deutsche Telekom ein Zwei-Klassen-Internet einführt. Und wir haben eine andere Person, die sich schon mal sehr explizit gegen ein Zwei-Klassen-Internet ausgesprochen hat. Ihr kennt sie alle, sie guckt hier ein bisschen unglücklich, aber dann bringt sie ihre Position deutlich hervor. Und das Stichwort Netzneutralität ist für uns sehr wichtig. Jeder Nutzer, egal was er verdient, welchen Bildungsrat er hat, soll die Möglichkeit haben, den gleichen Zugang zum Internet zu bekommen. Es darf kein Internet erster und zweiter Klasse geben. Ja, das sehen wir auch genauso. Deswegen ist unsere Forderung an die Politik, Deutsche Telekom drosseln, Netzneutralität ins Gesetz. Und das sollte man mal bald machen, um auch der Deutschen Telekom die Möglichkeit zu geben, sich mal an diesem Marktrahmen zu orientieren, wie Ben das eben schon argumentiert hat. Also wir müssen als Gesellschaft, wir müssen als Politik einfach mal diese Leitplanken definieren. Und dann kann sich auch die Telekom daran orientieren, was sie machen kann und darf und was sie nicht darf. Und eine Möglichkeit, das zu artikulieren, ist, neben lustige Remixe machen und anderen Sachen, diese Petition zu unterzeichnen, die Johannes Scheller eingereicht hat. Und wir sind ganz froh, dass Johannes hier ist. Irgendwo gibt es ein Mikro für dich. Genau. Und eigentlich war geplant, weil Johannes in Freiburg sitzt, dass wir ihn zuschalten. Tübingen, ja, irgendwas im Süden. Ja, und alle bei uns schwitzen schon so, was kann da schief gehen, alles. Aber er hat es tatsächlich hier hingeschafft und deswegen freuen wir uns, dass du da bist. Einen Applaus erstmal. Ja, erzähl mal, was hat dich dazu bewegt, diese Petition einzureichen? Gute Frage. Werde ich ständig gefragt von Zeitungen und so weiter. Ich glaube, es ist einfach, dass mich das Thema schon lang interessiert hat und dann war es natürlich, wie könnte es anders sein, die Drosselkomm, die mir gezeigt hat, dass wir was machen müssen. Und dann habe ich gedacht, warum geht da jemand wie der Malte Götz hin und macht eine Petition an die Telekom, die wird sich einen feuchten Dreck drum kümmern, wenn ein 18-Jähriger ihr sagt, wir finden eure Drosselprobleme, eure Drosselpläne doof. Da dachte ich, ja, da müsste man mal was an den Gesetzgeber richten, der kann da auch wirklich eingreifen. Und hast du damit gerechnet, dass du so schnell die richtige Zahl von 50.000 überschreitest, weil das war ja, also normalerweise man hat, ich glaube, einen Monat Zeit, die ändern das so ab und an mal, mittlerweile ist es, glaube ich, einen Monat, um 50.000 zu erreichen und dann hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man angehört wird. Wenn nicht, dann wird halt losgezogen oder nach Goodwill entschieden. Also es hat mich, ehrlich gesagt, total überrascht, wie schnell das ging. Ich habe natürlich gehofft und auch irgendwie geglaubt, dass ich diese 50.000 schaffen kann, sonst hätte ich das Ganze, glaube ich, nicht gemacht. Wir hatten es ja auch mal thematisiert, das Ganze kann nach hinten losgehen, wenn da 10.000 unterschreiben oder so, also siehe Leistungsschutzrecht, Petition. Wir können da auch ganz schlecht dastehen als Netzgemeinde. Deswegen, ich hatte schon gedacht, das kann man schaffen, aber gute 72 Stunden hat es, glaube ich, gebraucht, bis die 50.000 durch waren. Das hat mich total überrascht. Ja, also ein Vorteil gegenüber der Petition für Leistungsschutzrecht war auch, deine Petition war klar formuliert, man wusste, worum es geht. Und deswegen konnten wahrscheinlich so viele Menschen einfach mal sagen, die zeichne ich mit. Danke, ich wusste bisher auch nicht, dass ich so gut im Petitionen formulieren bin. Aber scheint ja geklappt zu haben. Ja, habe ich jetzt auch aber schon ein paar Mal gehört, dass die wohl ganz treffend und einfach formuliert sei. Freut mich, wenn das so ist, denn damit können wir das Ziel erreichen, auch mal ein paar Leute zu überzeugen und auch vielleicht zu interessieren, die sonst nicht den ganzen Tag vor Twitter rumhängen und netzpolitik.org lesen. Kannst du denn sagen, wie es jetzt weitergeht? Also die Petition hat das Quorum erreicht, bald ist irgendwie Bundestagswahl. Theoretisch gibt es die Chance noch, dass du angehört werden kannst. Ja, theoretisch zumindest. Es gibt noch einen einzigen Termin, der vor der Sommerpause des Bundestags ist, aber nach Ende der Zeichnungsfrist. Es sind ja ab heute noch zwei Wochen, glaube ich, die man das zeichnen kann. Dürft ihr übrigens alle noch machen, falls ihr noch nicht habt und auch weiter Werbung machen. Heute, gerade eben irgendwann, müssen sich diese Obleute des Petitionsausschusses getroffen haben und die haben wohl entschieden, ob ich an diesem einen Termin, den es noch gibt, Montag der 26. oder so, ob ich da in den Petitionsausschuss kommen kann. Ich habe leider noch kein Ergebnis, wie die sich da jetzt entschieden haben, aber es gibt da diesen einen möglichen Termin und ich denke, ich erfahre spätestens morgen, da habe ich ein Treffen mit der SPD-Fraktion, ob das was wird noch vor der Sommerpause. Wäre natürlich schön, dann könnten wir das Thema in den Wahlkampf reinretten. Danach wird es verdammt schwer. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, weil CDU und FDP haben da ja kein Interesse dran, dass es in den Wahlkampf reinkommt. Ja, natürlich, aber wir haben Interesse daran, dass es in den Wahlkampf reinkommt und mal sehen, wenn das tatsächlich an diesem einen Termin ist, dann sehe ich da eigentlich auch ganz gute Chancen, dass wir politisch irgendwas erreichen können, zumindest wenn dann nach der Bundestagswahl nicht wieder schwarz-gelb da ist und sagt, wieso ist doch alles in Ordnung, wir haben Paragraf 41a, Telekommunikationsgesetz, da haben wir es doch, wie es der Rösle auch am Sonntag gesagt hat. Ja, auf jeden Fall wünschen wir dir viel Erfolg und hoffen, dass du am 26.4., nee, am 26.4., 26.6., ne, 7.6., aber ich überlege gerade, es müsste der 24. sein, weil das dann Dienstag ist. Stimmt, der Montag ist der 24. Ja, dass du da noch reden kannst und deine Möglichkeit oder deine demokratische Möglichkeit auch ausnutzen kannst, deine erfolgreiche Petition dem Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag irgendwie mündlich zu überliefern. Wir hoffen natürlich noch, dass es möglich ist, wenigstens sechsstellig zu werden, also 28.000 Stimmen fehlen noch. Wenn ihr noch nicht mitgezeichnet habt, dann macht es, das kostet nichts, außer ein bisschen Zeit. Notfalls könnt ihr auch noch für eure Eltern mitzeichnen, das kostet nur eine Mailadresse und ein bisschen Zeit. Und ihr könnt natürlich auch überzeugen, es selbst zu machen und eure Freunde und sonstige Bekannte und Facebook-Freunde darauf hinweisen, damit es tatsächlich noch sechsstellig wird. Weil das wäre ein schönes Zeichen, dass halt eine sechsstellige Anzahl an Mitzeichnern, eine gesetzliche Festschreibung für Netzneutralität, mitfordert mit dem, was Johannes auf den Weg gebracht hat. Schöner als für eure Eltern mitzuzeichnen ist übrigens, wenn ihr euren Eltern erklärt, was das ist. Geht auch an Sascha Lobo, der das seiner Mutter erklären soll, bitte. Ja, das klären wir noch, ob er es geschafft hat. Ja, das war's damit. Jetzt übergebe ich wieder an Sandra, weil jetzt singt gleich Clemens.